Schöne Tageszeit! Heute geht es um richtige Aufbewahrung von Malsachen. Zwei Gegenstände habe ich immer auf meinem Tisch, weil diese Gegenstände werden am Tag mehrmals benutzt. Das ist mein Pinselständer. Ich habe natürlich einen etwas größeren, weil ich ganz viele Pinsel habe. Hier finden sogar Bastelschere oder Malspachteln Platz. Der steht immer da. Sowohl eine ganz normale Schulmappe. Hier liegen meine Bleistifte, aufgeteilt auf weiche und harte. Ein paar Radiergummi, Knetgummi, Anspitzer und spezielle Stifte, weiße, schwarze und graue. Sowohl auch zwei Wischer und auch Befestigungsmaterial. Wenn ich es eilig habe, dann befestige ich mein Blatt mit Klammern, mit einer Nadel. Aber wenn man das ordentlich machen möchte, dann sollte man am besten Crêpes verwenden. Diese Mappe liegt auch immer an meinem Arbeitstisch. Für alle anderen Sachen habe ich entweder so welche Kisten von einem schwedischen Möbelhaus zum Beispiel. Hier kann man alle Bleistifte, alle Buntstifte ganz gut sehen. Da wühlt man nicht so lange herum. Aber man muss nicht unbedingt eine schöne Kiste kaufen. Hier habe ich zum Beispiel eine ganz normale Eisdose. Hier werden meine Stifte, die auch nur aus Mine bestehen, aufbewahrt. Bitte unbedingt den Boden von Dose mit einem Lappen oder mit einem Küchentuch auslegen. So bricht die Farbmine nicht so schnell ab. Besonders gilt es für Aquarellstifte. Die sind besonders brüchig. Die Stifte, die nur aus Farbmine bestehen, die brechen ganz ab. Die brechen so in mehrere Teile ab, wenn sie zum Beispiel einfach nur hinfallen. Für meine Gelstifte oder für Feinliner, für schwarze oder für Farbige oder für spezielle Gold, Silber, Bronze, was auch immer, brauche ich auch so einen extra Becher. Ausgedehnte Pinsel, alte Pinsel, Zahnbürsten, alte Schere, irgendwelche Stäbe, die kommen auch in so eine stabile Metallkiste. Die werden nicht weggeschmissen. Die kann man zum Kleben oder zum Mischen verwenden. Viele Stifte finden gut Platz in so einer Jumbo-Dose von Gummibärchen. Die kann man hier alle gut sehen. All diese Gegenstände, meine Farbstifte, meine Gelstifte, alte Pinsel, die liegen nur dann auf meinem Tisch, wenn ich die brauche. Ansonsten liegen sie in einer Schublade oder finden Platz auf einem Regal. Das war's für heute. Viel Spaß beim Aufräumen. Bis zum nächsten Mal, denn wir haben ganz viel zu tun. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.